Aufwachen, guten Morgen, ah, das Team am Mittag, äh, ma, da haben sie doch die Teams schon beieinander, oder wie? So, jetzt muss ich doch mal schauen, so, ist lieber schlechter gefahren, ist gut gelaufen, haue die Infokarte, ah, okay, Merle, komm, bauen wir schnell die Infokarte auf, komm, so, wo muss ich da hinstellen, jetzt können wir mal raus, Herr Boll, da ist auch ein bisschen im Weg, da muss ich da Infokarte aufstellen, schauen wir mal, hier zurück, von hinten, aha, da ist was neu, da steht jetzt was Neues, ist das die Busverbindung, sie stellt da eine auf, sieht gut aus Handwerker, sagt die Heidi, das wird eines der meistgenutzten Bauwerke in Sandruck werden, das garantiere ich, gib mir an, ich freue mich schon darauf, Sandruck ist endlich auf dem Vormarsch, du weißt es, Mädchen, Behalte eine Belohnung, helle Kätzchen Stiefeln, wie schauen die aus, na, wie schauen die aus, in wenn da, Ausdauer 11, coole Wüstenkämpfer Stiefeln, 11,28, 11,20, so, wo sind die Stiefeln, den ist da drin, oh ja, da, wir haben 11,20, 11,20, ja, die passen gut dazu, gell, ok, lassen wir, lassen wir es an, So, dann haben wir da Inventar, was ist das? Schmiedemaschine, abgeschrittene, das hat er gebaut, oder? Ich bin mir mal aufgestellt, was ist das? Der mittlere, warum hab ich den da gebaut? Mission, selten, 10 Stunden aufgeben. Bestätigen, okay, brauchen wir neue Aufträge. Das heißt, das ist jetzt ein Bahnhof, oder was, wo können wir da mit dem Bahnhof hinfahren? Da drüben ist ja auch was Neiges. Sind wir neugierig, gell? Sind wir neugierig? Sollen wir mal schauen. Na, das ist nix Neiges, oder? Nein, von uns her. Das ist eine neige Zughaltestelle. Okay. Okay, können wir aufräumen. So, jetzt können wir Aufträge machen. Mal schauen. Das sind mehr Neuropüsten. Neuropüsten. Ja. Ja. Äh. Also, das ist mit dort da hinten. Und zwar, wo das Spiel beginnt. Wo ist das? Da oben. Aber wieso hab ich mich da nicht anmelden können? Das muss da oben sein. Ja, wir kommen. Schon näher, oder? Na. Oh, hinten. Irgendwo, gell? Ja. Da gehen wir auf. Schau. Mit deiner förmlich schau fliege. Wir zwei. Das ist der Rampo, schau. Ja. 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 Ich hab's ja nicht angerufen können. Ja. Das ist ein Berühmte. Jetzt steigen wir mal ab. Integrieren. Hast du Lust, demnächst mal wieder auf den Schrottplatz nach Schrott zu graben? Lass uns eine Biose einlegen. Oh, ich sehe, du suchst nur nach einer Pause. Na gut, wenn du zum Schrottplatz gehen willst, komm danach zu mir. Mhm, sicher. Kann man so aber wackeln. So, wieso kann ich mich da nirgends einlegen? Da ist jetzt so, wo macht man sich da ein? Ich kann nichts dabei sein. Was ist mit dir? Bist du fertig? Ja, oder? Ich bin nicht der Typ, der schlecht über Leute redet, aber ich und mein Vater waren mit den Warenchampions. Warenmal. Dann haben seine Reden aufgestellt, dass sie nicht im seltenen Ding sein dürfen. Gemeinde. So, was hätten wir für dir? Ah, nichts, oder? Oh, oh. Modell aus, das ist genau gut. Da ist er. Da ist er. Oh, schau. Was ist er so hart? Warte, da steckt er dabei. Wenigstens heißt es nur als Versuch. Danke. Na, okay, bitte. Wieso, ich mich da nicht anhalten habe können, dass... Oder wo haben sie denn wieder? Kann ich nicht. Das geht gar nicht, ja? Komisch. Ja, macht nichts. Überall kann man nicht dabei sein. Überall kann man nicht dabei sein. Das ist schon mal so im Leben. Da gehen wir hin. Da kommen wir aber auf. Ja. Da müssen wir auf in die Höhle. Da müssen wir schauen, was man sich da oben aus holen können. So, du, dass du mal ein bisschen da bleibst, gell? So, schauen wir mal, was hat man da für Aufträge. Da haben wir 25. Die können wir mal aufgeben. Wer möchte haben? Das Holz. Da haben wir gerade noch die 3. Nehmen wir es auch mit. Winddichtes Tuch. Die kann man ja machen, oder? Dann dauert ein so ein winddichtes Tuch. Noch ein Tuch. Ein winddichtes Tuch. Immer sieben machen. Immer sicherer ein paar herstellen, oder? So, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. So, in der Zwischenzeit werden wir die Tiere versorgen. Wie weiter? So, da. Die. Ah, zum Essen brauchen sie nichts. Da haben sie eh. Na ja. Na ja, das flügt schon eine Zeit lang, gell? Ja. So. Wie viel drinnen ist, das wird eh nichts. Kommst du ausser, oder? Na, du musst dich so streichen. Okay, schauen wir mal drauf an. Sammeln. Heulen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die hätten auch mal wieder eine Zeit lang. Guck. Bist du am Fressen? So, was ist mit euch? Hier, ha? Guck. 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 Na da. Ah, 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 ah. So. Was ist mit euch da? Er hängt schon wieder so komisch drinnen. So. Oh. So. Sicher eben da drüben. Regenwürmer. Ah, da geh ich mich gleich holen. Der Sandwurm. Da können wir mal wieder fischen, gell? So, da. So, zurück rein. So. Wo haben wir schon was eingesammelt? Nein. Sammeln. Ja da. Jobe. Jobe. Jo. Jobe. Ja eigentlich so dumm drinnen. Ja. Da haben wir eins. Genau, dann können wir den Auftrag nämlich auch noch schnell annehmen. Und zwar ist das das da, da sehen wir es, so und ausliefern, da ausheben wir Material und einen Brief, schauen wir mal von Kuba, der hat uns wieder ein bisschen Fleisch gebracht, super, der hat sich ein bisschen verändert, der Kuba, weil der war vorher nicht so. So, wir rennen. So. Komm. Wir zwei gehen wieder, schau, kann man das Material ausliefern. Wahrscheinlich sind sie Oli hinten. Ja. No. Ja. Was ist das? Das ist ein Spiegelzentrum, okay. Jetzt halten wir da einmal. Du schaffst das. Das sind ja wieder die beiden Dienste das erste Mal. Aber wo kann man da ... Ah, wo werden unterlogen, sind zum Schluss. Die zwei haben schon gewonnen. Die sind zum Schluss. Die sind schon ausgeschieden? Ja. Wo? Und die Heidi? Haben die zwei keine Chance. Haben wir die zwei? Schauen wir mal. Die haben wir schon. Und dann sind ... Gelegt. Da werden wir mal mit der zwei. Schauen wir mal, ob sie was reißen. So, da geht die trotzdem jetzt. Das geht im Spiel, gar nicht? Das ist ja auch gelöst, he? Ja. Ah, das geht jetzt im Spiel nicht. Schauen wir mal, was sind sie? Ja, ich habe jetzt mal mit der Harte. Ich nehme an ... Ich habe jetzt mal mit der Harte. Ich nehme an ... Ich nehme an, aufschauen. Ich nehme an, aufschauen. So gut, so müssen wir auch mit dem Gang. Unbedingt. Wo siehst du jetzt bei neun? Aha, steh'n ja die Oli bei neun da. Helle, was ist denn da drin? So, wo ist dein letzter Aufdruck? Hm, du musst dir noch was nehmen, was du willst, wenn du willst. So, wo ist jetzt? Okay. Wo ist denn? Ist wirklich nicht? Oh, ich schau'n wir mal. So, okay. Sie darf da nicht einiger haben. Da plant die Karte, ist hier richtig? So, dann aufdruck. Ich schufe die Dien. So, das ist das nicht so, Frau Teig. So, das ist das nicht so, Frau Teig. Furtig. In Orwenger. Und ich fasse mehr. Ja komm, geh'n wir heim. Oh, das ist hier oben mit mir. So, komm. Komm mal her. Oh, du bist los für ihn da, doch. So, ich könnte eigentlich auf... Aha, da haben wir einen Brief gekriegt, wo der Bus wer gewonnen hat. Vorhersagebelohnung 2020. Du hast es geschafft, den ersten Platz des Showdown am Mittag korrekt vorherzusagen. Bitte nimm diesen Preis. Dankeschön. So. Na, wo ist immer drin? Sammeln? Na, nicht aufheben. Äh... Drehen. Was sollst du denn wieder hinstellen? Jetzt steht er verkehrt. Was soll ich denn denn jetzt aufgehoben? Was soll das? Da einsammeln. Jetzt haben wir da sonst irgendwo was. Da haben wir. Industriell. Da hätten wir da was zu machen. Oh, da können wir einige herstellen. Bekannt. Da haben wir nicht irgendwas Neues. Sandreiskuchen. Nein. Hey. Weiß ich noch nicht, wo ich den wieder bekomme. Okay. Aber das lässt sich aussuchen. So. So. Jetzt haben wir da. auch noch vier herren. So. Was tun wir jetzt da rein? Auf einmal hier Brunschen. Wir haben 56. Keramik Marmor. So, ich brauche heute mal auf jeden Fall das Eisenerz, und ich will das aber nicht kaufen in der GECO-Station. Ich möchte es einmal selber farmen, so, wir springen die GECO zurück, ein bisschen kommt man ja zurück. Merle, was sagst du? Wir springen ein bisschen zurück in die GECO? Mh? So. Machen wir mal so rein. Das, da könnte man verkaufen oder aufstellen. Schauen wir mal, wo kommt man? Also das habe ich sowieso da weggenommen, gell? Weil ich den Großen da hergestellt habe, aber der Große, äh, stört sowieso ein bisschen. Den haben wir aufgestellt gehabt? Ah, perfekt. Den da, den kommt man ins Museum. Wieso steht da meine Maschine? Mittlere Schmiede. Was ist denn da? Schmiedemaschine. Ich sage, ob ich da eingesteckt. Ich sage, jetzt muss ich mal schauen, was ist denn das überhaupt für eine? Ah, bum 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 bum. Aber darf ich irgendjemanden umocht und nicht abgeben? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, oder? Ah? Maschinen. Mittlere Schmiedemaschine. Schneidemaschine. Irgendwann eine aufgewertet. So, jetzt schauen wir mal. Ah, Inventar. Wo muss ich eine? So, jetzt, wo ist die Maschine jetzt da? Ich tue jetzt einmal drauf. Wenn wir da jetzt die mittlere haben. Fortgeschrittene. Das ist die mittlere. Das ist die fortgeschrittene. Bei Musi, in dem Sinne. Das ist irgendwo oben, oder? Die sind da oben. Und die haben wir auch schon. So, die habe ich weggeräumt. Das heißt, die Maschinen könnte man schauen, ob sie das Museum brauchen oder wir verkaufen können. Oder wir verkaufen es einfach. Ah, na sicher. Was tat ich denn sonst damit? Was kriege ich denn überhaupt damit, die Verkauf? Steht das zufällig dabei? 1.200. Nein, 100. Na ja. Die will das gerade nicht. 127.000 haben wir bei Neunt. Da schauen wir dann ins Museum. So. Da haben wir Tücher. Da haben wir Tücher. Aber viel werden wir nicht mehr Türen brauchen heute. Hier zwei. Wird da schon finster. So. Schauen wir mal da rauf. Oder da zurück. Dann können wir mal ein bisschen noch sammeln. Na. Na fischen wäre auch mal nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir sie da hinten noch irgendwas finden. Was ist das da? Da hätten wir noch. Das sind da. Okay. Aufheben. Nicht Staubsaugen. Du sollst den aufheben. So. Mach mal da noch ein bisschen was. Da sind Nachtgeher. Mit der Umkörper. Na, die sind doch Fischer. Schießt schon wieder auf mich. Okay. Ich tue gar nichts. Ich las euch eh in Ruhe. So. Da hätten wir wieder Anführung. So. Wie spät haben wir sie? 10.42. Ja, wir können jetzt noch so ein bisschen zusammenräumen. Na. Was ist das? Kupferreste. Was ist da? Die da draußen. Was ist das? Steinreste. Okay. So. Steinstadt. Da haben wir. Ein Brotholz. Was ist das denn da? Da hätten wir ein Fertigestein. Was hätten wir dann da oben noch alles? Überschlafkammerende. So weiter. Ja. Wo haben wir auch Kupferreste? Was ist denn das denn da? Träten. Was kriege ich dann, wenn ich den tritt? Kaktusfrucht. Was hast du denn mit der Kaktusfrucht? Die sind halt neu geworden vorher nicht, oder? Das ist Holz. So. Wo haben wir? Wir brauchen momentan nicht. Das ist ein bisschen weg. Da oben haben wir Holz. Aber wir brauchen halt andere Holz. Was kannst du denn sein? Das ist ja da oben. Da oben ist der. Das ist eh die Fortgeschrittene, oder? Professionelle, genau. Aber wir machen. Was können wir denn da verwenden? Und zwar haben wir, oh. Sandwürr. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt noch können. Na sicher. Es ist nicht so schwer. Da haben wir sonst nichts, gell. Sandreis könnte man eventuell auch verwenden. Ich glaube das funktioniert auch, gell. Muss ich mal schauen. Gibt es zu weh? Schaffen wir es? Sicherlich. Beide. Hervorragend. Ein großer wäre nicht schlecht. Den hört man, wenn er glinzelt. Aber dann kriegt man doch einiges. Was? Jetzt hat er mir mal schon geschlafen. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Schöne. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ist du da zu weh? Keine Ahnung. Jetzt ist er natürlich verschwunden. Okay, hören wir auf. So. Na ja, viel haben wir nicht gefangen. Schauen wir nach Hause. Komm, du kannst eigentlich ja alleine zurück haben, gell, oder? So. Gehen wir nach Hause. Er wird ja gleich schreien. Zeit fürs Bett. Da kann man ja nicht mehr viel was anfangen, oder? Dann muss ich einen neuen Tag. Aufträge. Okay. Sandlauch. Moment. Nein. Haben wir nichts. So, sonst haben wir da eigentlich soweit auch nichts. Okay. Dann sag ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.